Müssen wir noch die Barrel finden? Ey, ich schwöre, ich habe gerade in den Chat geguckt. Genau in dem Moment steht er vor mir, Alter. Timing on point. Ich wollte gerade das mit dem Fußball und gute Besserung checken, worum es geht, ey. Achso, Chat, kann sich eigentlich, kann mir eigentlich einer wieder ein Ding ins Update geben hier? Ein Schalke-Update? Oh, guck mal, sauber. Wie sieht es eigentlich mit denen jetzt aus? So, neue Zweierweste. Irgendwo am Anfang war noch eine, ne? Ist aber noch nicht safe mit 2. Liga, ne? Also die haben theoretisch noch die Chance, aber wahrscheinlich nicht, oder? Achso, ist das jetzt safe, dass sie absteigen? Wie interessiert das? Ey, ich habe viele Freunde, die Schalke-Fans sind. Wieso? Da muss ich das immer wissen dann. Okay, also es ist theoretisch möglich, aber okay, gut. Wie viele Spieltage gibt es denn noch? Irgendwie 10 oder sowas? 9 Und wie viele Punkte brauchen die? Wenn die, wenn jetzt die nächsten... Wie viele steigen denn immer ab? Die letzten 2 oder die letzten 3? Die letzten 2, ne? Ja, genau, ich will meine Freunde da mitrollen, ja. Deswegen muss ich das immer wissen. Gib mir mal die Updates und dann... Die letzten 3... Ich weiß nur, dass Schalke unten ist und ich glaube auch noch Bielefeld, ne? Der 16. in die Relegation. Und was bedeutet das denn dann? Meinst du Mainz? Mainz, M-A-I-N-Z, Mainz? Spielt gegen den 3. Mitten der 2. Mitten der 2. Mitten der 2. Liga? Ach so! Ey, das wusste ich bis jetzt noch gar nicht. Was da ist? Relegation. Wieder was gelernt, ey. Traurig? Aber ich finde das nicht so traurig, dass ich mich nicht mit Fußball auskenne. Ehrlich gesagt. Kam ich damit immer... gut durch. Und habe ich nie vermisst. Okay, also die spielen dann 2 Mal, ja? Hin- und Rückspiel. Okay. Also sozusagen der 3. Letzte gegen den 3. Der 2. Liga. 2 Spiele. Okay. Okay. Steigen die Leute dann meistens ab oder bleiben die denn meistens? Also die in der Relegation sind von der 1. Liga. Meistens gewinnt er erst Ligist. Okay. Boah, irgendwie voll traurig, wenn du aus der 2. Liga dann quasi in der Relegation bist und dann verlierst, ne? Irgendwie. Warum sehe ich den nicht? Ja, ja. Ich meine, klar kann viel passieren. Ich meinte jetzt nur statistisch. Jetzt kommt der. Boah, ich habe den halt nicht mehr gesehen. Oh, jo, jo, jo. Ich dachte jetzt, ich sterbe. Ich musste teilweise voll, voll hoffen, dass ich auf dem drauf bin, ey. Ah, fast in die Hose gemacht, Alter. Fast in meine Hose gemacht. So. Dahinter diesen Häusern lief vorhin was. Das habe ich ganz genau gesehen. Ich warte darauf, dass der hier gleich irgendwo rauskommt. Da hinten lief gerade einer rechts lang. Habe ich ganz genau gesehen. Vielleicht sei den Berg hoch und weg. Okay. Nein, ich mache ernst auf diesen letzten Hit, den ich brauche nicht rein, ey. Gib mir meine, gib mir meine Nades zurück. Du brauchst meine Nades zurück. Du brauchst meine Nades doch nicht. Gib mir meine Nades zurück. Serpico. Oh, scheiße. Zona geht schon weiter. Gar nicht gecheckt, ey. Ey, keiner hat den Vertical Grip dabei. Ich fühle mich irgendwie verarscht. Dann kommst du hinterher. Ich warte, ich diste. Nein, ich fange dir Koch. Fange ich runter. Ich habe den Ort, der Schritt hin. Jeez. Ich fühle mich. Ey, Eumel-Biest. Was geht ab? Oh ne, da sind wieder Häuser drin, he? Boah, ich dachte, das wäre ein Ghillie. Ich wollte gerade wieder meckern, wie viele Leute hier wieder an einem Fleck sind, ey. Okay, ich sollte vielleicht nochmal einen Muni mitnehmen und vielleicht nochmal eine Weste. Aber die Weste von dem ist bestimmt auch am Arsch. Ein bisschen höher. Scammer? Ein Gemmer? Ja. Gucken, ob ich den nochmal brauche. Vielleicht kann ich irgendwann nochmal außerhalb der Zone flankieren. Was vielleicht ganz praktisch ist. Nate-Gott bin ich übrigens. I'm starting to feeling like a Nate-God, Nate-God. I'm about to feel like a Neu-Anh gets ejected. Das heißt, ichастere mich nicht. Was... Ich picturee dich. Boah. Scheiße, der ist schon raus. Chat, Chicken Dance. Bis zum Ende jetzt. So. Dann kann ich mir ja noch mal eben trinken holen. Bis gleich. Bis zum Ende.